Musik Hagenbecks Weihnachtselefant hat sich bereits perfekt in der Herde eingelebt und liebt es, mit Halbruder Ratsch zu raufen und zu toben. Die Suche nach einem geeigneten Namen lief diesmal über Facebook, damit sich alle, die Lust dazu hatten, daran beteiligen konnten. Die erste Auswahl der drei vorgeschlagenen Namen aus dem Herkunftsgebiet der asiatischen Elefanten stammten von Hagenbecks Tierpflegern. Vor versammelter Presse verriet Elefantenname Chandra den Sieger der Namenssuche auf ihre ganz eigene Art. Insgesamt hatten 5.321 Tierfreunde auf Facebook abgestimmt und wollten jetzt mehr über den Weihnachtselefanten erfahren. Unser kleiner Santos, der ist am 24. Dezember zur Welt gekommen, also genau heute Abend. Und da klingelte bei uns Tierpfleger morgens um zwei das Telefon und um 2.40 Uhr ist er dann auch schon zur Welt gekommen. Also mussten sich alle sputen und in der Nacht geht das dann auch noch. Und das verlief alles super, der wird auch sehr schön in der Gruppe aufgenommen. Hat hier einen kleinen Spiegelpferden, das ist unser Ratsch. Ratsch ist 8 Monate alt. Und er freut sich natürlich tierisch, mit ihm jetzt das Gehege zu erkunden, alles zu zeigen, wo man raufkleddern kann, wo man Faxen machen kann, wo man runterrutschen kann, Flachwasserzone ablaufen, da kann man Luftblase ins Wasser pusten und nur so ein Blödsinn. Nach alter Hagenbeck-Tradition wurde der kleine Elefant mit Kokosmilch offiziell getauft. Doch Elefantenpfleger Michael Schmidt musste mehrere Versuche unternehmen, bis er nah genug an Santos herankam, um ihn mit der Milch zu übergießen. Ganz geheuer war dem Kleinen die klebrige Dusche nicht. Er versteckte sich lieber unter Mama Leisings Bauch. Wichtigster Sparringspartner für Santos, was so viel heißt wie Glück und Freude, ist ein 8 Monate älterer Spielkamerad Ratsch. Die beiden jungen Elefanten haben den gleichen Vater, den Bullen Kajendra, der einige Jahre im Tierpark Hagenbeck lebte, bevor er in sein Münchner Heimatsoh zurückkehrte. Das Verhältnis zwischen den einzelnen Tieren der Herde entwickelt sich ganz individuell. Es gibt Elefanten, die ihn intensiver betreuen, das ist zum Beispiel die Candy. Die Candy hat ihn richtig ins Herz geschlossen und ist dann manchmal schon vor der Mutter da und betreut ihn und hilft ihm und führt ihn auch zum Motivieren. Muss bei mir nach Mama gehen, da kriegst du auch Milch. Und die Leisings kümmert sich natürlich als Mutter auch um ihn und ist dann da. Und er weiß ganz genau, dass er bei diesen beiden Elefanten immer gut gehütet ist. Schon jetzt kleben die beiden Elefantenkinder aneinander wie Pech und Schwefel. Und da der Altersunterschied zwischen den beiden so gering ist, werden sie vermutlich auch weiterhin Seite an Seite durch ihre gemeinsame Zukunft stampfen.